Wir bringen jetzt noch Altpapier weg und dann gehen wir noch ein paar Bälle holen. Jeff legt hier manchmal so ein paar Rutschpartien hin. Jetzt natürlich nicht. Er läuft und läuft und läuft und läuft. Was macht er da schon wieder? Hier Jeff, Altpapier wegbringen. Du musst warten, ich kann dich nicht mitnehmen. Für die Tomaten brauchen wir schon mal ein paar Anzuchttöpfe. Hier gibt es leider auch keine Wurfbälle, keine gescheiten Wurfbälle. Das hier ist kein Kalindrom, ich würde nämlich Jackenum sindang heißen. Ja, er konnte nicht widerstehen. Musste ein Öhrchen sein, ne? Sonst bist du auch schneller, Jeff. Normalerweise reicht es nicht mal, dass wir aus dem Laden rauskommen. So, hat es geschmeckt? Ja. Wir müssen auch das Auto waschen, Jeff. Ja, da bleibt einiges hängen, was? Ja, was ist's? Ja, willst du gucken, dass keiner reinkommt, oder was? Hhihihi Hhihihi War gut? Nochmal, ne? Ja. Mach Sitz. Jeff, bleib. Oh, ist fein. Und ab. So, was schämst du dich? Huh? Und ab. Und ab. gut und nochmal werfen 个 i i i i i i i i i Alles klar? Ciao, ciao. Einen schönen Samstag wünsche ich euch. Ciao.